ein herzlich willkommen zurück zu let's play pokémon gelb würde ich sagen es ist pokémon let's go pikachu und im letzten part haben wir hier viel gemacht wir haben viel erlebt und viel getan und ich habe inzwischen zeit ich weiß für euch mag vielleicht ein zwei tage erst vergangen sein oder ein tag oder keine ach keine ahnung wie ich wie meine release politik zu diesem zeitpunkt ist naja auf jeden fall habe ich was gemacht und zwar habe ich alle pokémon die ich so habe auf level 20 ungefähr trainiert außer das team das habe ich dann weggelegt bzw beziehungsweise ein bisschen drüber trainiert auszusehen ihr seht hier auch schon ich habe das rad radikal entwickelt und das tausende agro vogel hier unser hab ich tag ist gewonnen auf level 20 und das abreich glaube ich habe ich weiß nicht ob ich hier im parten einem letzten also im parten aber gefangen habe weiß ich nicht wie viel habe ich aufs level ist es herzlich ist auf level 20 zu katar entwickelt und normales radfatz auch auf level 20 zu einem normalen radikal ja so ist das ungefähr gesehen so 3 war es level 20 ihr wisst ja auch trainiert natürlich und wir haben hier ein shiny ihr seht schon ich habe scheine gehandelt dementsprechend kann ich euch mal zeigen nicht bewegen bericht man warum kann einfach status stehen da würden so vielleicht ist es halt ist es halt wenn ihr vergleicht seht das ist gelb bis ins gold golden mal sehen mal sehen wir gucken mal gegen ende wie das so wird und dann kann man ja immer noch auswechseln aber ja ich habe jetzt auch sozusagen noch mit ihm kurz umgestellt ich meine ich kann ja auch schnell zeigen team hier so ist das team ist dabei ich habe es schiller und war zu haben schiller genannt übrigens ich habe die beiden jetzt nur im team damit ich jetzt mit trainieren mit sie halt auch ententwickelt sind um es mal kurz und knapp zu sagen und ja was bis jetzt 44 pokémon denn fest strunki train und gute treiber eigentlich recht gut recht gut so was machen wir diese part wir gehen diese part zur msn beziehungsweise auf der msn wir haben wir haben einen dingens und ja die msn ist ein berühmtes und sehr luxuriöses kreuzfahrtschiff sie macht jedes jahr genau einmal im hafen von uran das ist die halt sehr schön und gut jedes jahr einmal willkommen auf msn warte mal hast du überhaupt ein ticket natürlich du zeigst du mit rosen deinem boot ticket vielen dank willkommen an bord herzlichen glückwunsch du bist der hundertstel passagier was für ein zufall der heute an bord geht dafür bekommst du dieses souvenir mit diesem feschen outfit kann man die frische meeresbrise gleich viel besser spüren ein matrosenset nice das ziehen wir da auch gleich direkt an übrigens einmal im jahr als ich damals war das hier war ein beutel als ich damals es war früher zumindest so als man das damals gespielt hat war es ja so wenn man aus msn rausgeht ist das schiff weg dass sie das liegt das liegt ab und ist weg ja und wir haben wir haben uns damals gemacht wenn man normal wenn man unterm truck haben möchte wie hat man es damals gemacht na man hat sich auf der msn einfach besiegen lassen man hat ein trainer als jahre hat sich trainer gespart und hat manchmal hat sie einfach dämlich besiegen lassen so wie sieht die kopfbedeckung sieht die aus sieht doch schon sieht doch schon fesch aus na so jetzt mit aber noch pikachu auswählen da pikachu was hat wie sie deine kopfbedeckung der aus matrosenkappe aber pikachu ist die kopfbedeckung ist halt doof finde ich wirklich also weiß auch nicht keine ahnung hier dass ich dachte das ist besser partner look und ja doch sieht doch sehr sieht doch sehr schick aus gut dann gehen wir auch aufs schiff rauf nach fünf minuten aufnahme circa knapp man sieht gar nicht mehr den truck da rechts wo als ich rausgesucht oh mein gott die bilder wie geil kann ich angucken irgendwie nico da bist du ja endlich hey klaus was geht danke noch mal für das ticket dieses schiff ist echt gigantisch es wird mir so von trainern sie an der ist ja miko ach und klaus auch wo man sie überall auf über den weg läuft ich finde ja so geil dass er seinen film also sein ost seinen soundtrack von früher noch hat nur bisschen neu aufgelegt hallo blau machst du eine kreuzfahrt nee ich wollte uns eine party auf dem schiff eingeladen ich mache mich aber gerade schon wieder vom acker auf der party gibt es eine menge souvenirs zu ergattern hier ich gebe euch gerne was ab also denn ein jantara säbel was da denn medizin eine sache noch auf der party habe schlimme gerüchte aufgeschnappt sagt durch team rocket was ich habe schon mal gegen sie gekämpft echt jetzt für die ist angst wohl fremd vor was jedenfalls scheint team rocket eine gefährliche organisation zu sein die pokémon ausnutzt um profil aus ihm zu schlagen und das ist ja wohl echt das letzte ich werde diese user mal aus der nähe ansehen ihr zeit passt gut auf euch auf verstanden ja hau rein im original musste man ihn ja besiegen was ist denn dieses jantara gedöns was ist das ein keks dieser butterkeks seine spezialität aus der karlhausregion ah ich habe doch ich habe doch die regierung gespielt warum sagt mir das nichts es behebt alle staatsprobleme eines pokémon alle das ist okay das ist hört sich sehr gut an aber gut danke team rocket wenn du dich das nächste mal mit solchen leuten anlegst holst du mich dazu hörst du ich bin ich bin ein großer boy war das schon gut wir klappen jetzt alle ab alle 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 räume und dann geht's los natürlich gucken auch in jedem müll einmal rein wenn wir dürfen wenn man uns lässt man uns nicht hi du siehst müde aus rudy am besten hier kurz aus oh danke wir haben hier ein heilungsraum die hatte man damals glaubt doch die hatte man mal konnte ja schlafen seinen raum sehr schön ihr seht richtig erfrischt aus wo entschuldige war ich war jetzt so aufdringlich ich habe bloß sorgen und nicht gemacht weil du ja mein kleinen bruder erinnerst die bestimmte outfit fliegt bestimmt beim outfit so und nächster raum was ist hier los hi bist du ja einfach ohne ein wort rein zu lassen so ein höfliches kind tut mir leid aber die tür war auf ich habe gelungen robert robert ein vulkanum das ist natürlich strunke natürlich die idealste wahl welches level hat diese vulkanum es ist level 18 ja dann wechseln wir auch gleich direkt durch das hat ja keinen sinn kann train was attacke ne der kann das noch nicht erkannt ist hat er ist hat er hat noch nicht noch nichts drauf wir wechseln wir einfach kurz mal zu unseren schiller rüber und setzen dann mal was attacke ein wenn wir jetzt gedacht ich weiß blut naja das nächste effektiv war ähm ich finde es halt geil dass wir zum kämpfen extra auf den flur gehen damit wir die zimmer halt nicht schmutzig machen oder hat es überlebt er sollte bald bald da umgehen ich habe übrigens strunke nach ganz nach vorne getan weil es hier ja schiff ist und viele matrosen unterwegs sind deswegen habe ich gehofft dass ich hier noch einmal erfahrung kriege aber als das letzte mal so die hoffnung hatte im tunnel hatten die leute auch nicht viele steins pokémon gesteins pokémon das naja gut du hast wirklich keine manieren 2000 kriege ich dafür dass ich dich fertig mache da sind echt eine menge ist das schiff wie früher aufgebaut wenn ja dann ist es halt auch und es ist halt cool aber ich glaube das ist eigentlich andersrum aufgebaut ne andere in der an wir gucken halt in die andere richtung oh gott was äh äh sie sieht so aus als wenn er sagt jetzt wahrscheinlich du denkst du denkst du denkst wahrscheinlich jetzt kommen wirklich zu mir äh weißt du was der größte luxus ist ich glaube ich möchte es nicht wissen eine ausgedehnte kreuzfahrt buchen und dann den ganzen tag in der kohle faulenzen nein ich leg mich nicht dazu ich leg mich nicht dazu mein alt einer da weiß ich schon einfach nicht was ich sagen sollte hier kann ich hier schon runter aber wir sind noch nicht links gegangen was sagst du einige passagiere sind schon lange an bord dass sie sich eine abwechslung sehen wundere ich also nicht wenn dich der ein oder andere zum pokémon kampf herausfordert ja das wird damit rechnen ich schon da brauchst mir nicht zu sagen hola na stuart ich hätte gern etwas süßes bringen sie mich mir doch bitte eine vanille schnitte ok ja ich bin aber nicht stuart einer oha was geht denn hier los pummelhof auf dem bett knudelhof hach so eine kreuzfahrt ist einfach wunderschön her wundervoll mein knudelhof und ich gehen immer zusammen auf reisen ja ist das so knudelhof knudel knudel ich möchte nicht mit dir knudeln lassen das kannst du gerne mit den anderen beiden da machen ja 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 ich sehe schon na komm her meine pokémon stammt aus aller welt du musst sie dir mal ansehen lass mich raten sie alles pokémon aus der kanto-region schöner alexis fordert dich heraus ein tauch ja ok ein tauch sie ok strunki derzeit pokémon ich glaube du bist nicht im vorteil jene aber egal wir schläfern es einmal ein dann ist gut was haben wir denn von pokémon was gegen flug ist mein wir haben wir haben die katja aus team genommen da kommen wir setzen mal kornel ein wenn man besitzt seinen psycho angriffen um einfach mal gucken was das hier so ob er da stark ging ist ich ja ich weiß es nicht mehr glaube wir haben es schon ab wird oder immer hat nicht mehr sicher der letzte party aufgenommen ist ja schon ein paar tage her ja natürlich macht es natürlich macht es auf sehr auch doof wenn nicht ja macht kornel der kann der kann die zwar aus wie überraschung sei aber er kann übrigens den vulkaner und hat unser vulkaner das entwickeln wir erst nach level 38 mal auf level 38 letzte seine gute attacke und die möchte ich gerne noch mitnehmen ich hoffe dass es zu euch genehm ich möchte so ein pikachu da haben wir nichts gegen wir kämpfen weiter ein weibliches sehr schön erkennt man am schweif wird gut besetzt einfach weiter konfusionen als ein psychotake psychos in der ersten gen noch eigentlich relativ stark alter ich hoffe ich treffe jetzt überhaupt natürlich komm ja mach das noch geil das freut das das freut mich wieder ungemein naja macht jetzt nicht so viel schaden aber immerhin ein akzeptables macht er noch doppelt kickel ja gut ist nicht so sehr ist nicht so effektiv ging kornel ich dachte der hat es wo ich aber voll treffer machen können komponel einmal noch kommt 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 danke ja schönheit alles wenn ich die schönheit nennen ist das schon kompliment dass das zählt das als kompliment meinen sie ja sie heißt schön hat alexis online dabei sind es doch punkt dabei sind es doch pokémon von welt hat er guckt über die fratze an jetzt bist du nicht mehr so schön jetzt bist du nicht mehr so schön also nehme ich dich nicht mit so nicht ich bin total im pokémon verlaut du auch überhaupt nicht ich habe echt keinen bock hier zuletzt legen ist ja nicht so dass wenn ich hier einfach warte bis ich wieder weiterletzt legen kann knirps liam was zeigst du denn so von pokémon manki ist manki normal kampf oder nur kampf wie auch immer wie auch immer wir sind 24 und wir schliefern ist einfach mal genüsslich ein und natürlich verfehlst du du bist so gut strunke kommt ist gut mit der kraft fuhr jetzt nach hier mit 1 schäfer nein ich wechsle da nicht die pokémon keine angst ich greife dann einfach mal mit rasierblatt ich meine pokémon sind jetzt nicht in unseren level diesen wir sind halt ein bisschen drüber war auch nur minimal naja acht level ist nicht minimal hier zu beginnen natürlich weiter würde ich auch aufwachen wenn mich englige rasier also rasiermesser scharfen blätter da ja rasieren wie sieht manki wie sieht manki eigentlich rasiert aus das würde mir und was das würde mir furchtbar interessiert man sieht das am und nicht wo bist du stark also so ein rasiertes manki ich glaube es hätte schon was könnte man als alola region machen ich wollte den ball einsammeln sind ein paar heiler so meine kinder und ich habe uns eine kleine weitreise gegönnt oho schön aber ich meine gute part zieht der die die part ziehen sie aber auch so ich würde mal sagen wir machen diesen paar bisschen länger weil ich möchte gerne in einem ruck durch haben ich bin ermittelt der internationalen polizei ich bin die rocke dicht auf den fersen ist ja schön weil irgendwie fühle ich mich immer so ich möchte natürlich viel bringen moin moin du landratte ich habe als als du auf dem kahn sagt bescheid wenn ich was für dich gucken kann der gespräch ist aber nicht ja du kannst da hinten mal die alte da die kannst du mal was geben die möchte die mich was von dir musst du hat pokémon futter so wie ich das einfach so rum meine sprühdose super super schutz hey aus dem weg du leicht matrose warum eine klosche bewirkt dass die angerichtete malzer länger warm bleibt kloschen das sind diese silbernen metallhauben die man über teller stilpt aber das wusste du bestimmt schon ich habe schon mal in der küche gearbeitet tatsächlich in einem vier stelle hotel ich bin so beschäftigt dass ich nicht mehr weiß wo mir der kopf steht aber also stürme ich bitte nicht als koch wohlgemerkt ne a la carte und so naja ich bin hier der chef der chef die cousine der heutige hauptgang ist bodycheck steak die gäste werden es lieben wenn du ihn da gleich gleich mit dem steak mit dem bodycheck da gibst schnief 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 ich schäle hier tag aus tag 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 einen tag aus zwiebeln schnief soll sich auch nicht inhalieren du kennst du lachst du sein zeichens feinschmecker pokémon es gibt kein anderes pokémon das frisst und schläft ok schnipp schnipp ich stehe hier tag aus teilen kartoffeln schnipp schnipp kartoffeln ich habe es gehasst aber was muss man ja machen wobei wir meistens zum größten teil geschälte kartoffeln im beutel bestellt haben aber so ist das nun mal in einer nicht kantine in einer dingens wenn man muss halt überall sparen wo man kann überall so ist das leben hoha maschok mein partner pokémon maschok ist super stark er kann sogar ultra schwere felsen mit nichts mir nichts dir nicht verschieben dann sei froh dass er den so gürtel ablegt alter weil dann könnte er sogar dich hochheben ich habe spaß ich habe spaß wirklich für den echten matrosen gehören kämpfe einfach zum alltag so bitte sagen holen wir wasser pokémon raus damit strunk überhaupt was zu tun hat hier leonard wenn ich schon mal ein leonard auch keine ahnung fleckmann okay fleckmann was geht das so dass wir sterben so rasierblatt hier wird rasiert bei den fleckmann ist ja schon basiert nein das stark gegen pflanze gibt ja ja wahrscheinlich gegen pflanze oder gegen gift wahrscheinlich sehr stark wir werden später mal austesten wir haben ja unseren kornel dabei gegen was er gut ist ihr könnt auch alternativ könnt ihr auch in die kommentare schreiben ich weiß es halt nicht so ja so gefällt mir das was für ein kampf ja ich habe mich mega angestrengt mega aber man kriegt hier wenigstens gratis erfahrungspunkte also ist das schon mal sehr nice elektriker nicht hier oh man kann wir tun erwart so was kann er was kann er für attacken er kann ach komm weißt du was wir nehmen wir jetzt mal die hyperheiler und dann machen wir die typen fertig du scheinst ein ziemlich lebhafles kind zu sein das gefällt mir alter ich sollte hier gehen schnellstmöglich elektriker igor magnetilo elektrostahl ist pflanze gegen stahl gut ist so ein rasierblatt ich glaube ja ne ich glaube ja wir sollten mal unseren strug die auch mal langsam anfangen zu heilen wieder wer halt von nüten mal ne ist nicht so gut aber noch ein volltreffer da hat er gut gemacht hat die kilo da rufen wir unseren kornel unseren guten kornelius von kornel immer für eine überraschung gut haua es tut mir weh es tut ihnen weh los konfusion es ist auch nicht gut was ist denn gegen gegen elektro dingens gut oh mein gott komm ja ich ok es ist stahl ich habe ich habe natürlich ich bin auch ein idiot ich bin ein idiot so flammenwurf natürlich 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 man bin ich doof so dafür reicht trunke alle 25 sehr schön noch ein magnetilo näher kämpfen weiter so flammenwurf oh nein verloren ist gut chill doch mal was haben wir denn hier ein elixier haben wir hier apropos mal wir sollten mal kurz mal einmal kurz rüber heilen ich weiß wir haben die dingens die items und so die die den heilungsraum aber irgendwie fühle ich mich immer so weiß ich nicht so doof wenn ich extra zurücklaufen muss für aber ich sage mal eben schnell hier mein kostet ja auch nicht viel so eine getränke und die meisten habe ich ja noch geschenke kriegt so ach auch matrosan pokémon in ihrer seite er ist mir bekannt mein lieber heinz ein entton also guten tag entton basierblatt sollte fast lang glaube ich ja sehr schön hast du noch eins ja ein quapsel hilft dir nur oder nicht hier kommt man überhaupt überhaupt auf die idee nur zwei wasser pokémon mit sich zu führen ist das nicht strunz doof das ist doch voll bescheuert würdet ihr mit zwei wasser pokémon auf ein schiff gehen wenn jeder oh ich kann jeder hans und franz euch herausfordern kann jeder besucher würde ich doch nicht ach egal das war eine reife leistung das ist eigentlich total beknackt das muss man muss man schon sagen das ist total bescheuert ein super trank cool das ist voll beknackt ich meine ich will jetzt nicht die ganze zeit logik nach nach logik löchern suchen aber irgendwie ist das voll beknackt ein angler hey neuer ich weiß ja nicht ob du pokémon aus dem meer oder aus den bergen einsetzt ich habe jedenfalls nur pokémon aus dem meer siehst du und das ist bescheuert das ist einfach nur wie sogar der sagt sogar der albert sagt dir sogar ins gesicht dass er beknackt ist damit ich habe noch pokémon aus dem meer geil dann tue ich mal am besten mal ein elektro pokémon ganz nach oben oder ein pflanzes pokémon hey das ist unfair du hast mir vorher gesagt du trottel natürlich bin ich damit mit den gedanken hier in den schiff reingegangen hast dass die meisten wasser pokémon haben ne oh das war ganz schön schnell oder was hat es eingesetzt kruxopiep na dann ist es ja klar bis der erste schlag bekommt die augen sahen ein bisschen aus wie die pokébelle von goldini ne da hat er albert ihn sein goldini geschminkt so ein separ ok das ist auch reines wasser pokémon oder oder gott ist schon zu typ trache da bin ich mir echt nicht sicher guck mal ne ist noch ein reines wasser pokémon er sieht racking wird glaube ich ein trache ne ich weiß es nicht so alberdo Mist der ist mir entwischt was wie es entwischt ich ich will es beurteils mich fangen oder wie oder was oder wo ähm hier ist Ende gut dann schnell zurück und den anderen weg lang hier links ne oder oder hier oben ja hier hoch wir sind ja runter gegangen zur küche glaube ich rein hi an bord dieses luxuriösen kreuzfahrtschiffes befinden sich trainer aus aller welt einfach jeder will mit uns mit uns reisen jedes Mal wenn wir in den hafen anlegen schmeißen ja eine party und laden trainer ein die mit uns feiern dürfen ist dem so cool alter hier geht es ja noch weiter oha oha gut machen wir die noch den trainer kaffee ich dachte die das ist nicht so lang geht hier der part aber auf mein reisende riesengroße kugelrundes pokémon begegnet ich bin zwar schon vier herum gekommen aber ein pokémon wie dieses das den ganzen tag schläft ist mir neu ein trainer kampf machen wir noch das drückt den drück ich noch rein und das ist ein angler schau dir an was ihr land gezogen habe dann zeig mal her was du da geangelt hast bin ich mega gespannt egon habe ich auch eins habe ich auch eins ich dachte jetzt sechs ich habe gerade angst panisch hochgeguckt bei mir part länge und dann wegen wegen der pokémon nicht alles aus den absorber gesagt aber gut ist nicht schlimm ist ja trotzdem down sehr schön angler egon das war's für mich ja und das war es auch nicht nur für dich das war auch für diesen part da geht jetzt lange genug die ms1 ist noch größer als ich noch in erinnerung habe aber gut wir sehen uns dann beim nächsten party bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal haut rein und ciao tschüss